Jana und Lukas Es befinden sich nicht auf einem Parkgipfel, sondern in unserem Schulhof. Vom 20. Januar bis 22. Januar 2018 hat es stark geschneit. An diesen zwei Tagen sind riesige Schneemassen zusammengekommen. Es wurde sogar die höchste Navimwarnstufe 5 ausgegeben. Daher konnten an zwei Tagen die Schüler aus Nauders, Spiss, Greit, Kobel, Wand, Stein und Hinterraut die Schule nicht besuchen. In Nauders hat es so große Glocken geschneit. Es sind viele Lawinen abgegangen, aber es sind kaum Schänen entstanden. Im Langtauferertal mussten 100 Personen mit dem Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Boah, die Stadl-Dächer in der Scheibe, so viele Lust da drüber. Boah, die Stadl-Dächer in Sicherheit gab es einen guten Schänen, Organisation von Dich. Vielen Dank.